Die Erdbeben und die Tsunami-Katastrophe in Japan haben uns alle ziemlich erschüttert und schockiert. Unsere Gedanken sind bei der japanischen Bevölkerung, sind bei den Menschen, sind bei den Opfern, aber auch bei den Angehörigen, die unter den Folgen dieser Katastrophe zu leiden haben. Wir verfolgen mit großer Sorge selbstverständlich auch stündlich die schlimmen Nachrichten aus den Atomkraftwerken im Nordosten Japans und sind in unseren Gedanken, in unseren Wünschen auch bei den Menschen dort, dass eben Schlimmeres verhindert werden kann. Ja, niemand weiß, wie diese Katastrophe noch weitergehen wird. Die Nachrichten überschlagen sich. Klar ist für uns aber auch, dass sich weltweit und natürlich auch bei uns in Deutschland jetzt die Frage nochmal ganz anders und neu stellt, der Beherrschbarkeit der Risiken. Das Wort Restrisiko hat angesichts dieser Bilder eine ganz neue Dimension bekommen und wir wollen auch hier in Deutschland über die Konsequenzen reden. Es muss darüber geredet werden, ein reines Aussetzen der Debatte oder ein Moratorium wird uns nicht weiterhelfen. Wir wollen, dass hier in Deutschland die sieben ältesten und störanfälligsten Reaktoren jetzt vom Netz gehen und die Laufzeitverlängerungen sofort zurückgenommen werden. Das ist eine der Konsequenzen, die für uns politisch vor Japan galt, aber sie gilt umso mehr nach dieser Katastrophe, die wir alle an den Fernsehschirmen jeden Tag verfolgen. Ja, die Bundesregierung ist gefordert, wir werden das Thema im Bundestag, wir werden das Thema auch im Bundesrat stellen und als Grüne voranbringen. Denn eins ist klar, einfach ein Weiter-so mit der Atompolitik kann es nicht geben. Genau, da ist vor allem natürlich Bundesumweltminister Röttgen jetzt auch in der Pflicht und in der Verantwortung. Wir haben als Grünen dazu aufgerufen, an den Mahnwachen und an den Solidaritätsaktionen der Anti-Atom-Initiativen auch als Grüne teilzunehmen, in stillem Gedenken, aber eben auch in Solidarität mit den Opfern in Japan. Und wir rufen auch dazu auf, sich an den Spenden aufrufen zu beteiligen, von Deutschland hilft, vom Deutschen Roten Kreuz. Sie sind jetzt auch eingeblendet gerade in diesem Moment und drücken damit unser Mitgefühl und Solidarität auf. Und versuchen damit natürlich auch selbstverständlich die schlimmen Folgen dieser Katastrophe zumindest ein Stück weit zu lindern und hoffen, dass sich eben viele daran beteiligen.